Hey, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dich hierher gefunden hast. Ich bin der Avatar Angus, aka Dominik und bin 17 Jahre alt. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich Let's Player und Let's Playa Genres wie RPGs wie zum Beispiel Final Fantasy oder Kingdom Hearts oder die Tests auf freier Halt. Dann noch wie Action-Adventures wie The Legend of Zelda, Jump'n' Runs wie Mario oder Sonic. Beat'em Up Street, Dragon Ball oder Naruto. Natürlich, wenn das nicht als einziges Display, könnt ihr mir auch gerne Vorschläge machen, aber jetzt erzähl ich euch erstmal was über mich. Ich bin Dominik, momentan 17 Jahre alt. Meine Hobbys sind halt Schwimmen, Let's Playen, Zocken, Mangas Lesen, Animes Gucken und mit Freunden Zocken, Unterhalten halt. Tja, was noch? Jetzt brauche ich mich. Und halt, ich, Let's Player bin ich seit dem 18. 11. 2010 momentan, bin ich das ganze 2 Jahre und ziehe es momentan weiterhin durch. Solange ich halt Lust habe, Let's Play ich auch. Halt, aber ich weiß gar nicht so sehr, was ich über mich sagen kann, weil das ist auch nur ein Trailer für YouTube eigentlich. Ihr solltet eigentlich nur das Gameplay-Video genießen von mir danach. Aber ein bisschen labern muss halt sein, damit ihr auch mal meine Stimme kennenlernt und so alles. Und ich denke, nee, der sagt ja ja nichts. Wie gesagt, ich nehme auch gerne Spielvorstücke an, aber ab und zu mache ich auch Livestreams auf Twitch.tv, wo ihr mir halt live zugucken könnt. Alles. Momentan habe ich da immer Metroid Prime 3 gezockt, was ziemlich cool ist, das Spiel, aber ich habe es momentan nicht weitergezockt. Ab und zu habe ich auch meinen guten Kumpel AkisakuLP, Akai-Yan, dabei, der als Kugel-Kommentator dabei ist und mich unterstützt, um mir beizustehen einfach. Damit die Parts manchmal nicht zu langweilig werden, weil manchmal hat man einfach keine Lust alleine aufzunehmen. Das kennen bestimmt, wenn ihr jetzt hier Let's Player sind, kennen das bestimmt einige. Aber ich würde mal sagen, genug von mir. Alter, fehlt noch was. Falls euch heute meine Videos ansprechen und euch die gefallen, könnt ihr ja gerne auf Abonnieren drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Also nur, wenn sie euch gefallen. Und nur, wenn ihr sie guckt, weil wenn ihr mich abonniert und meine Videos nicht guckt, bringt mir euer Abonnieren nichts. Da bin ich ganz ehrlich drin. Aber genug von mir. Erzählt mir doch mal was von euch. Wer seid ihr denn? Das würde mich mal sehr interessieren. Also, das war's dann. Genug von mir. Also würde ich sagen, wir hören uns, wenn ihr mich mögt, wenn euch meine Videos zu sprechen, hören wir uns also dann. Bis dann. Tschüss.